Hallo, mein Name ist Rudi Ehrenweber und ich bin Verkaufsleiter für den Geschäftsbereich Teletronix bei Engel. Ich darf Ihnen heute eine innovative Steckeranwendung vorstellen mit unserer neuen vollelektrischen E-Mac 130. Unser Partner in dem Projekt ist Harting mit diesem Betätiger für die Hahn Quick-Lock Stecker-Serie. Dieses Bauteil wird auf einem 16-fach Werkzeug mit nur 12 Gramm Schussgewicht gefertigt, aus Polycarbonat, Gaswasser verstärkt. Das Kernstück der Anlage ist unsere vollelektrische E-Mac 130. Die Schließseite der Maschine zeichnet sich durch hohe Plattenparallelität im Hundertstelbereich aus und durch beste Schließkraftverteilung. Das ist besonders wichtig für präzise Kleinteile mit mehrkapitätigen Werkzeugen. Weiters, auf der Maschine ist die neue 465er Spritseite verbaut. In dem Fall mit einer 40 mm Schnecke. Die elektrische Spritseite gewährleistet höchste Reproduzierbarkeit auch bei geringen Schussgewichten und gewährleistet Prozessqualität auch bei langen Fließwegen für diese kleinen Teile. Weiters sind die Engel-Softwareprodukte IQ Clamp Control, IQ Weight Control und IQ Flow Control eingesetzt, die für unseren Produktionsprozess beste Prozessüberwachung und Prozessstabilität garantieren, mit gleichzeitiger Ausschussminimierung. Um den Prozess mit der Teilentnahme und Ablage besser zu sehen, gehen wir nun an die Rückseite der Maschine. Wir befinden uns an der Rückseite der Anlage. Hier sieht man gut noch die E-Flomo Batterien für die bewegliche Werkzeughälfte und für die feste Werkzeughälfte. Der Viper 12 Roboter separiert hier die Teile auf das Förderband und die Angüsse in die Box. Engel versteht sich auch als Komplettanbieter. Alle Komponenten stammen aus dem Baukastensystem und werden projektiert, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu bekommen. Falls Sie noch weiteres Interesse an der Anlage oder zur Anwendung selbst haben, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich persönlich kontaktieren.